Hi und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal, schon als ihr wieder eingeschaltet habt und heute mal wieder so ein bisschen ein persönlicheres Video über mich. Oft sind ja meine Videos einfach nur dumm, unterhaltsam und man erfährt nicht so richtig was über mich persönlich. Aber deswegen heute, ein Video über mich, beziehungsweise was ich gerade mache. Eigentlich würde ich jetzt bei so einem Video draußen stehen, irgendwo im Park mich hinstellen mit einem schönen Hintergrund und das mache ich ja oft über dann tiefgründige Themen reden, der eine oder andere kennt das. Aber erstens ist es zu kalt draußen geworden, wenn ich da dann eine halbe Stunde stehe oder so, ist das nicht so geil. Und zweitens ist mein E-Roller kaputt gegangen. Das heißt, ich kann nicht irgendwo schnell im Park fahren oder so. Aber deswegen heute hier zu Hause vorm Schreibtisch ist eigentlich auch ganz akzeptabel und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit dem Video. Wie ihr es dem Titel und Samt, wenn ihr schon entnehmen könnt, geht es heute um mein Studium. Und ich habe es in dem einen oder anderen Video schon mal angerissen, habe schon mal so ein bisschen erzählt, was ich gerade mache. Aber genau darauf gehe ich heute nochmal so ein bisschen tiefgründiger ein, sage meine ersten Erfahrungen, weil ich stehe noch voll am Anfang des Studiums. Und ja, legen wir direkt mal los. Ich studiere nämlich Grundschulpädagogik, Grundschullehramt in Berlin. Für die Leute, die mich nicht kennen, ich bin in Berlin, weil das ist ja auch von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Bildung ist Ländersache. Und habe jetzt dieses Jahr frisch mein Abi gemacht, wollte direkt loslegen mit dem Studieren, wollte direkt anfangen. Einige machen irgendwie dann ein FSJ, also Freiwilliges Soziales Jahr oder machen Auslandsjahr oder machen irgendwie ein Jahr chillen oder so, keine Ahnung was. Aber ich wollte direkt loslegen, ich hatte da ultra Bock drauf, wollte direkt anfangen. Und ja, jetzt studiere ich Grundschullehramt. Das geht in Berlin fünf Jahre, beziehungsweise sechseinhalb. Also ich mache jetzt drei Jahre meinen Bachelor, zwei Jahre mache ich dann Master und dann mache ich anderthalb Jahre Referendariat. Wie gesagt, das ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Das weicht so ein bisschen von den Zeiten ab. Aber genau, ich mache dann meinen Master, muss mein Verlehramt machen. Und deswegen berichte ich heute euch so ein bisschen ein paar Eindrücke, falls ihr selber am Anfang des Studiums steht oder wollt da später studieren. Oder seid einfach Zuschauer von meinem Kanal und wollt einfach so ein bisschen was über mich persönlich wissen. Ja, und jetzt wo ich die ersten Vorlesungen schon hatte, kann ich sagen, es hat echt so ein bisschen gedauert, da wieder reinzufinden. Ich hatte zwei Monate frei oder so. Also ich habe ja früher mein Zeugnis im Abi bekommen. Dann sechs Wochen Sommerferien. Dann hat es nochmal irgendwie einen Monat gedauert, bis das Studium richtig losging. Also da muss ich erstmal wieder so jetzt reinfinden ins Lernen. Aber erste Woche waren natürlich nur Einführungsveranstaltungen. Also Einführungsveranstaltungen generell über die Uni und die Systeme da, wie das alles läuft. Und dann generell eine Einführungsveranstaltung zum Grundschuleamt. Und ich habe mich natürlich vorher schon mit dem Studium auseinandergesetzt. Das sollte man auf jeden Fall tun, wenn man da studieren will. Und deswegen habe ich schon einiges ultra gewusst. Wusste da schon voll Bescheid. Habe einiges aber auch Neues dazugelernt. Wie zum Beispiel, wie das mit den Klausuren läuft. Und das ist größtenteils so, also das, was ich bis jetzt erfahren habe, dass ich die online zu Hause schreibe. Und das sind dann so Multiple-Choice-Aufgaben, also Ankreuzaufgaben. Bei manchen Sachen, klar, schreibe ich dann irgendwie einen kurzen Antwortsatz oder so. Aber das komplette Gegenbeispiel zum Abitur. Also im Abitur schreibt man Texte, egal ob es jetzt Deutsch, Politik, Geografie ist, was weiß ich, schlag mich tot. Da schreibst du dann Texte, 800 bis 1000 Wörter oder so. Und im Studium hast du einfach nur Ankreuzaufgaben zu Hause. Klar, da muss man auch viel lernen, sollte man auf gar keinen Fall unterschätzen. Ist jetzt nicht leichter als andere Klausuren oder so. Will dir auf gar keinen Fall damit sagen. Aber so kommt das komplette Gegenteil. Ich bin da eigentlich ins Studium reingegangen, dass ich da noch krassere Texte schreiben muss. Und zu Klausuren, dass die ultra schwer sind. Klar, Texte schreibe ich dann noch in Hausarbeiten, mache ich gerade im Seminar oder so. Also ich muss auch so Texte schreiben. Oder dann in der Bachelorarbeit, die ich dann nach drei Jahren, wenn ich meinen Bachelor mache, wie der Name schon sagt, schreibe. Da habe ich dann schon ultra Respekt jetzt gerade vor. Also muss ich ja, um mal ganz kurz einen Exkurs zu machen zur Bachelorarbeit. Wenn ich mir dann vorstelle, da so 30, 40 Seiten zu schreiben. Ich habe schon gestruggelt im Abitur mit 1000 Wörtern. Habe ich doch so ein bisschen Respekt. Aber vielleicht lache ich ja darüber, wenn ich das Video in drei Jahren gucke, meine Bachelorarbeit geschrieben habe. Genau, deswegen mache ich dieses Video. Nicht nur für andere Leute, die sich da so ein bisschen ein paar Tipps wissen wollen, wenn die gerade selber vor dem Studium stehen. Sondern auch für mich selber. Dass ich sehe, ey, da habe ich noch so und so gedacht. Aber jetzt ist es eigentlich ganz easy und ich habe mir da viel zu viel Sorgen gemacht. Aber um mal wieder ins Thema zurückzukommen, Thema Klausur. Ich habe es tatsächlich gar nicht erwartet. Also, dass ich irgendwie da nur Ankreuzaufgaben zu Hause habe. Finde ich mega nice. Bin ich ein Freund von. Finde ich gut. Bin ich gespannt auf meine allererste Klausur. Ich habe ein bisschen Angst, aber das wird schon irgendwie. Kommen wir jetzt aber mal zu meiner allerersten Vorlesung. Um es mal kurz zu fassen. Ich habe mich gefreut wie Bolle. Also, wie so ein kleines Kind, was gerade in die erste Klasse kommt. Was eingeschult wird. Erster Schultag bevor steht. Ich war richtig motiviert. Hatte richtig Bock auf die Vorlesung, auf die Seminare. Weil ich war noch nie nach Vorlesung. Außer einmal in der 10. Klasse haben wir so einen Schulausflug gemacht. Damit wir sehen, eine Mathevorlesung. Damit wir sehen, wie Uni schon mal ist. Aber ich hatte richtig motiviert. Ich war richtig motiviert. Hatte richtig Bock auf die Vorlesung. Ja, und dann hatte ich die erste Vorlesung. Ich hatte mein erstes Seminar. Und um es schon mal vorne wegzunehmen. Ich bin natürlich immer noch motiviert. Ich habe immer noch ultra Bock. Ich kann stolz behaupten, dass ich bis jetzt immer noch bei jeder Vorlesung war. Und schreibe auch richtig motiviert mit. Also, vielleicht noch so ein bisschen zu viel. Und das würde sich bestimmt auch noch legen. Aber ich bin auch todesmotiviert. Es ist einiges Interessantes dabei. Gerade so irgendwie Didaktik. Oder Fiber-Spiele sind immer ultra interessant. Oder Unterrichtsmethoden. Deswegen will ich auch Grundschullehrer werden. Alles andere macht keinen Sinn. Einiges. Ich weiß nicht, ob das jetzt nur am Anfang so ist oder so. Aber wenn ich dann so Geschichte über Schule lerne. Und wie Unterricht entstanden ist. Ist jetzt nicht ganz so nice und so interessant. Weil ich das halt später einfach absolut nicht brauche. Generell würde ich sagen, ich bin noch nicht so 100% routiniert drin. Mach das mit Routine und bin da voll drin. Aber ich bin kurz davor. Was mir auch noch schwierig fällt, ist Lesen. Also das Ganze. Also ich kann lesen. Das wäre sicher, dass ich gerade ein bisschen falsch angehört. Aber die großen, langen Texte lesen. Also klar, im Abitur ja schon ein bisschen dran gewöhnt. Aber man muss tatsächlich sagen. Und ich muss mir auch eingestehen. Ich bin faul, ein fauler Leser. Eigentlich finde ich das höchstgradig interessant. Es ist mega nice und interessiert mich. Aber ich bin einfach zu faul zum Lesen. Also das Einzige, was ich lese, sind WhatsApp-Nachrichten. Aber wenn ich dann irgendwie in der Hausarbeit da 12 Seiten lesen muss. Sorry, habe ich absolut keinen Bock drauf. Zu den Dozenten kann ich sagen. Sind tatsächlich auch alle mega sympathisch und lieb. Also alle, die ich jetzt durchgehend habe, kommen sympathisch rüber. Und ist tatsächlich so wie bei Lehrern. Also es gibt sympathische Liebe, die da so ein bisschen nicht so streng sind. Mit denen man sich nett unterhalten kann. Die chillig drauf sind, sage ich jetzt mal. Es gibt auch welche, die sind strenger. Da muss man dann vielleicht nochmal einen Text neu schreiben. Was man beim anderen nicht gemusst hätte. Also es ist tatsächlich wie bei Lehrern. Und ich habe eine ältere Dame im Sima. Die finde ich ultra knuffig. Die ist mega die süße und nette. Vorher hatte ich tatsächlich die Einstellung, dass alle Dozenten irgendwie so ein bisschen streng. Und dass das nicht voll spießig sind oder so. Aber ne. Also ich bin voll zufrieden mit meinen Dozenten. Finde die alle mega lieb und nett. Ein anderes großes Thema ist ja auch so Mathe. Voll viele haben da Angst vor. Und das hatte ich und habe ich tatsächlich auch immer noch. Jetzt am Anfang, klar. Kann ich das glaube ich noch nicht so richtig beurteilen. Bis jetzt geht es noch. Also bis jetzt ist es noch nicht so, dass ich sagen würde, oh Gott wie schlimm. Aber wie gesagt. Ich stehe gerade ganz am Anfang. Das sind gerade hier alles meine ersten Erfahrungen. Das kann sich alles wieder nochmal ändern. Ich habe schon mal so ein paar Themen gesehen, die noch auf mich zukommen. Da bin ich dann schon ein bisschen ins Schwitzen zu kommen. Für die Leute, die da überhaupt nicht drin sind. Also ich habe schon Mathe im Studium. Für Grundschullehrer im Speziele. Also ich mache jetzt nicht irgendwelche Quantenphysik oder höhere Mathematik, wie ich es im Abitur hatte. Aber es ist ja auch klar, dass ich da nicht nur 1 plus 1 rechne. Oder das kleine 1 mal 1 durchgehe. Aber dass ich nur 1 plus 1 rechne, habe ich auch nicht erwartet. Also ich will ja auch dann gut erklären können in Mathe. Klar muss man auch ein bisschen die höhere Mathematik verstehen können. Aber ich lasse es auf mich zukommen. Andere sind da auch durchgekommen. Ich schaffe das schon irgendwie. Habt aber trotzdem noch so ein bisschen Respekt. Und ich würde sagen, ich habe hier ganz viele Notizen auf meinem Handy. Aber was ich hier gerade nicht drauf habe, ist mein Hassfach und mein Lieblingsfach. Das sage ich euch jetzt einfach mal spontan. Ich würde schon sagen, Mathe ist so... Es ist nicht scheiße, aber ich habe da so ein bisschen Angst vor, weil ich nicht der besten Mathe bin. Also hatte im Abitur immer so 3er, 4er Bereich. Deswegen, ne. Aber ich hatte auch gar keinen Bock auf Englisch. Da habe ich noch schlechter drin. Deswegen habe ich Mathe genommen. Lieblingsfach ist schon so irgendwie allgemeine Grundschulpädagogik ist spannend. Pädagogisches Handeln und Deutsch ist auch... Ich finde irgendwie alles spannend. Also bis jetzt finde ich noch alles ultra spannend. Liegt wahrscheinlich auch noch daran, dass ich neu in dem Studium bin. Aber genau, von Mathe, um das nochmal abzuschließen, habe ich bis jetzt noch am meisten Respekt. Ja, wie ich schon erwähnt habe, mir macht es immer noch ultra Freude. Sonst wäre ich nicht bei jeder Vorlesung jetzt gewesen. Aber man merkt auch tatsächlich, wie es immer leerer wird bei der ersten Vorlesung. Klar, alle da rein sind gefüllt. Jetzt wird es natürlich immer so ein bisschen leerer. Aber man sollte sich das auch gar nicht angewöhnen. Nicht zu Vorlesungen zu gehen. Sonst sagt man dann nächste Woche wieder, ja, das war letzte Woche nicht. Jetzt gehe ich wieder nicht. Dann kommt man so schnell raus aus dem Rhythmus. Generell muss ich noch sagen, mit dem Stundenplan bin ich auch ultra zu viel. Also bin zwei Tage nach Uni. Alle zwei Wochen bin ich dann drei Tage nach Uni. Also ich habe so ein Seminar, das habe ich alle zwei Wochen dann mal, vier Stunden lang dann hintereinander. Finde ich mega nice. Bin ich zufrieden. Klar, es ist viel selbstständig zu Hause lernen. Ist ja generell im Studium, dass man sich das selber aneignet. Das komplette Gegenbeispiel wie in der Schule. Also in der Schule musst du immer hin, mündliche Mitarbeit. Das hast du im Studium natürlich nicht. Kannst kommen und gehen, wann du willst bei Vorlesungen. Klar, gibt es auch Anwesenheitspflicht. Aber bei vielen ist es halt nicht so. Und machst halt deinen größten selbstständigen Teil zu Hause. Das kann ich zum Glück ganz gut. Hat man ja während Homeschooling. In Corona habe ich das auch nochmal bemerkt, dass ich gut bin im Selberlernen zu Hause. Ich habe ja auch mein Ziel vor Augen. Also ich will definitiv Grundschullehrer werden. Schon seitdem ich klein bin, seitdem ich selber ein Kind war, will ich schon Grundschullehrer werden. Hab Bock an Unterrichten, an Sachen, an anderen Leuten Sachen beizubringen. Und verstehe mich auch gut mit Kindern. Also ich kann gut mit Kindern. Und dass mir das Studium gefällt und dass ich Spaß daran habe, das sage ich euch jetzt hier nicht einfach so. Sondern das ist wirklich so. Sonst wäre ich nicht bei jeder Vorlesung jetzt schon gewesen. Worauf ich gespannt bin, ist auf jeden Fall meine erste Klausur. Weil wie gesagt, ich kann die, klar weiß ich, wie die aufgebaut ist. Aber die ganzen Inhalte, was wird da wirklich abgefragt. Wie viel muss ich lernen. Da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt drauf. Die schreibe ich glaube ich irgendwie Anfang nächsten Jahres oder so erst. Und auf mein Praktikum. Im zweiten Semester schon habe ich ein sechswöchiges Praktikum. Kann ich mir auslösen in der Schule. Finde ich mega nice. Ja und ansonsten kann ich sagen, das war es doch schon mit meiner Einschätzung. Das sind jetzt die ersten Erfahrungen, die in meinem Kopf waren. Meine ersten Eindrücke. Falls ihr Fragen noch habt, schreibt die unbedingt in die Kommentare. Aber ey, ich kann euch sagen, schon während dem Abitur, ich habe da so darauf hingefiebert. War dann richtig stolz, als ich einen Studienplatz bekommen habe. Was ja auch nicht selbstverständlich ist. Und bin jetzt froh, endlich anfangen zu dürfen. Wisst ihr, man studiert ja schon 5 Jahre allein. Und deswegen wollte ich extra anfangen. Wollte nicht nur warten. Wollte unbedingt rein. Wollte das jetzt schnell hinter mich bringen, dass ich endlich Grundschullehrer sein kann. Genau. Freue mich unbedingt darauf. Ich halte euch auf dem Laufenden. Wann euch das interessiert. Wenn ihr Bock habt, mache ich da unbedingt mehrere Videos noch drüber. Wie der Studium läuft. Vielleicht so ein bisschen Kritik. Was mir gut gefällt. Was weiß ich. Schreibt mir Fragen in die Kommentare. Und ja. Das soll es auch schon wieder mit dem Video gewesen sein. So ein bisschen Persönlicheres über mich. Falls dir das ganze Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Und ich hoffe, falls ihr euch das Video gerade anschaut, irgendwie selber vor dem Studium steht. Dass ihr später studieren wollt. Oder es gerade schon studiert. Dann hoffe ich, konnte ich euch so ein bisschen weiterhelfen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Was wieder etwas inhaltlich Dummes ist wahrscheinlich. Ich finde euch noch einen wunderschönen Tag. Haut rein, Freunde. Tschüss.